In diesem Tutorial befassen wir uns mit dem Anlegen einer Veranstaltung in StudIP. Über die Startseite von StudIP können Sie mithilfe des Schnellzugriffs eine neue Veranstaltung anlegen. Über den Menüpunkt Veranstaltungen können Sie über Aktionen ebenfalls neue Veranstaltungen anlegen. Zunächst müssen Sie die Grunddaten der Veranstaltung festlegen. Lenden Sie den Veranstaltungstyp aus. Geben Sie der Veranstaltung einen Namen. Legen Sie das Semester fest, in dem die Veranstaltung stattfindet. Ebenfalls können Sie eine Veranstaltungsnummer und eine Veranstaltungsbeschreibung eintragen, wobei diese Angaben nicht verpflichtend sind. Fragen Sie die Heimateinrichtung und gegebenenfalls die beteiligten Einrichtungen ein, sowie die Lehrenden und Tutoren der Veranstaltung. Als nächstes weisen Sie die Studienbereiche der Veranstaltung zu. Alle Angaben korrekt ausgefüllt, können Sie die Veranstaltung bestätigen, um danach weitere Einstellungen vornehmen zu können. Geben Sie das Semester festlegen.